Hallo Tessram hier bei Düsseldorf.modell. Heute die Auflösung wie hier oben sehen kann und es hat hier nur einer richtig, also ich kann euch jetzt zeigen, nur einen Kommentar und das war von Gain oder wie du auch heißt, es tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen Poster spreche. Hier TV hat geschrieben Hoffenheim und Hannover und haben die beiden Vereine gefehlt. Ich zeige euch jetzt auch warum. Hände einmal kurz hier auf Kamera und hier seht ihr Hoffenheim und Hannover. Ich mache heute bald irgendwann nochmal, vielleicht auch noch mit 2. Liga, also ein bisschen anders, aber ich bin noch nicht sicher. Deswegen merkt am besten euch die Vereine. Guckt bitte nicht irgendwo nach, welcher Verein fehlen könnte, weil das wäre ein bisschen mogeln. Und das war's auch von diesem Video. Ciao und bis dann.